Hi, ich bin Kira und ich hatte einfach mal wieder Lust zu tanzen und das aufzunehmen und deswegen habe ich mir gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mir so eine Art Impro-Challenge ausgedacht. Also ich habe drei Lieder mir ausgesucht, eins davon habe ich schon mal so ein bisschen drauf improvisiert, dann das nächste, das habe ich einfach schon ein paar Mal gehört und dann das andere, also das letzte, das habe ich nur ein einziges Mal gehört, noch nicht drauf getanzt. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich glaube, ich habe auch schon in der Zeit von dir, auch noch nicht drauf gehabt. Ich hoffe, wenn die crowd spinn's out, dann scream in your name. Ich hoffe, wenn das allenar, dann muss ich zu schaden. Ich hoffe, dass mich nachdem ich einen spür, wenn du zu, zu schaden. Ich hoffe, dass du in die Hand gehst. Ich hoffe, dass du in die Hand gehst, das warst du nicht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich glaube man sieht es an meinen Haaren. Ich bin etwas fertig jetzt. Also es war anstrengend, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe es hat auch gut ausgesehen. Ich werde mich es gleich mal anschauen und euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video schaut. Bis dann!